ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von MOTOFUZI ja heute sind wir hier mal an einer anderen location und zwar ich denke mal das haben die hier noch relativ neu gebaut dieses Eingangstor das sieht zwar irgendwie sehr altertümlich aus ist es aber nicht das ist nur auf alt getrimmt ja das ist das Eingangstor vom Aquapark hier in Torremolinos der ist zurzeit noch geschlossen ja wäre schön wenn man die ganzen Probefahrtbikes hier vor dieses Tor stellen könnte das sieht wirklich schick aus irgendwie ja das ist das was ich euch sagen wollte nein das ist eigentlich noch mehr was ich euch sagen wollte und zwar jetzt bin ich gerade in Torremolinos ich werde dann nach kurz bis kurz vor Malaga reinfahren ich muss nämlich zur Maximoto und da werde ich mir hoffentlich ein paar Schuhe kaufen was gibt sonst neues ja ich habe gerade im Briefkasten gesehen ich zeige euch das mal mal sehen was ich da auch irgendwie vielleicht raus pixeln muss aber ich habe selbst noch nicht gesehen aber hier eine Premiere mal sehen wie wir das machen können ich werde das jetzt mal aufmachen ich hoffe ich konnte das alles schön verpixeln ihr kennt ja zwar meinen Vor- und Nachnamen Moto Fuzzi aber jetzt schauen wir mal was da drin ist so das Foto sieht ja sehr bescheiden aus muss ich ganz ehrlich sagen alles richtig geschrieben ja 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 ich glaube schon mein Führerschein in Plastikform ist endlich nach knapp über zwei Monaten eingetroffen mal sehen was wir hier jetzt alles haben wir haben A M A1 A2 A B C1 naja und so weiter so ja da bin ich jetzt ganz erstaunt oder ja was heißt erstaunt okay beim letzten mal hat es auch schon fast zwei Monate gedauert beim als ich meinen A2 Führerschein bekommen habe jetzt hat es knapp noch eine Woche länger gedauert naja kann man ja irgendwie schon fast verstehen warum aber ja naja sehr lange ich habe mich schon hatte mich schon an die Fahrschule gewandt dass die da mal nachforschen sollen aber brauchen sie nun nicht alles klar so ja ich war heute übrigens und habe für drei Euro meinen Roller gewaschen wie ihr sehen könnt ist der nicht wunderschön jetzt wieder und da ist mir auch gleich wieder was ganz tolles passiert an der Waschanlage also an diesem Hochdruckspritzgeschichte also richtig schön ist ja noch nicht geworden aber das liegt auch teilweise nämlich an einem an einer Person die mich da gestört hat und zwar hat man ja also zumindest hier bei euch ist es wahrscheinlich genauso hat man halt diese Waschboxen so da habe ich alles abgespritzt und so weiter und dann danach fahre ich dann immer da gibt es noch so eine andere Stelle oder Boxen oder wie man dazu sagt da ist dann einmal ein Staubsauger und dann ist einmal noch so ein Druckluftschlauch ja und da habe ich mich reingestellt da ist die sind ja ein bisschen breiter weil man ja da die Türen öffnen kann und dann eben zum Saugen und so weiter ich habe mich mehr so an den Rand gestellt weil ich eben zu diesem zu diesem Druck zu der Druckluft wollte habe dann angefangen alles abzuputzen also trocken zu reiben und pipapo und auf einmal fährt in meine Box ja ich stand ja dann so ein bisschen am Rand fährt da noch ein anderes Auto rein und stellt sich direkt neben mich ähm also der hat seine Rechte seine Fahrradtür gerade so aufbekommen und ich dachte mir sag mal geht es noch oder was ja also wir wollen doch beide in Ruhe unsere Fahrzeuge waschen oder reinigen warum muss der sich so dicht jetzt an mich ran stellen und das hat mich wirklich gewohnt und da äh ja ich habe den dann angesprochen habe auf englisch habe ich gesagt sag mal äh das ist meine Box hier ja muss das jetzt sein dass wir hier so dicht zu sagen ja du hast dich da an die Seite und das war glaube ich ein Briter also der sprach sehr gut englisch äh du hast dich da so an die Seite gestellt das ist falsch und so sag ich ja aber trotzdem ist es doch meine Box ich stehe doch hier drin ja ob ich jetzt da den Dings ähm die Druckluft von dem anderen Box nehme oder nicht also das war eine richtige Frechheit ja und der ist aber auch nicht der hat das aber nicht eingesehen der ist auch nicht rausgefahren ich hab dann äh weitergemacht und ja ich konnte ja teilweise dann schon gar nicht mehr sauber machen weil immer seine Tür aufstehen also es war eine richtige Frechheit ja und ja da wird man da daran kann man schon wieder sehen dass die Rollerfahrer und naja vielleicht auch Motorfahrer ich weiß nicht die werden auch äh diskriminiert ja der denkt der hat ein dickes fettes Auto und so so ein kleiner Scheiß Rollerfahrer äh der hat dann nichts zu suchen in seiner Waschbox so ungefähr weißt du ja fand ich eine ziemliche Schweinerei deshalb habe ich auch jetzt nicht alles super sauber gemacht weil der mich gestört hat aber für 3 Euro ist es wieder einigermaßen sauber geworden ich glaube ich habe eine ein Jahr lang ähm also ein Pandemie Jahr lang äh kann ich mich erinnern dass in der Pandemie nicht äh weil wir ja auch teilweise immer diese Ausgangssperren und diese lokalen hatten äh dass ich da nicht waschen war so der ist jetzt wieder sauber hoffentlich ich fahre ja äh möglichst nicht bei Regen dass er auch nicht so schnell dreckig wird und äh ja das Motorrad die muss ich jetzt auch noch waschen und äh das werden wir demnächst dann auch noch machen ja so dann werden wir mal hier aufsteigen auf dieses wunderbare könnt ihr das sehen ja dieses wunderbare geputzte Cockpit und ich fahre jetzt für Maxi Moto ich lasse es noch eingeschaltet vielleicht passiert ja was unterwegs ähm und werde da hoffentlich meine neuen Schuhe meine Schuhe kaufen das sind jetzt keine so in der richtigen Super Motorrad äh Schuhe aber doch ein bisschen und die sind relativ preiswert angeblich reduziert irgendwie auf 65 Euro die haben mir so in der Anzeige ganz gut gefallen da ich halt diese komischen Turnschuhe hier habe was ja absoluter ein absolutes No-Go ist ne natürlich im Sommer super aber ja man muss ja immer geschützt sein werde ich mir jetzt diese hoffentlich heute diese Schuhe kaufen so los geht's wie gesagt mal sehen vielleicht könnt ihr noch ein Stück mitfahren ansonsten schneide ich das alles zurecht ja der Heuschnupfen ist heute leider wieder etwas schlimmer und deshalb müsst ihr wieder mal meinen Geschniefe ertragen so ja wie ich schon sagte also Reinigung hat 3 Euro glaube ich gekostet 2 Euro fürs waschen und 1 Euro für Druckluft und ja das ist natürlich nicht so schlimm aber das Schlimmste ist dann immer halt die Zeit die man da verplempert und putzt und einem der Schweiß auf die Brille träufelt bei mir zumindest und deshalb äh ja gehe ich natürlich immer nicht so gerne waschen so also ich weiß nicht ob ihr diesen Maximoto kennt ich glaube der ist ja auch schon mehr oder weniger europäisch jetzt das ist ja auch so eine Kette so wie XL Moto und sowas und ähm die haben alles so preiswerte Sachen die haben auch preiswerte äh Kombis und preiswerte Volllederausrüstung da weiß ich für 4-500 Euro das ist aber dann meistens mal aus irgendwelchem Känguruleder und so ich wollte eigentlich auch mal so ein Zweiteiler mir kaufen aber weil die Einteiler passen mir eigentlich nicht weil irgendwie mein Oberkörper ist immer im anderen Verhältnis zu meinen Beinen deshalb passt der entweder oben oder unten nicht und deshalb muss ich müsste ich dann halt ein Zweiteiler mir kaufen und ja aber so schöne haben die auch nicht da und die sind auch eben für mich immer noch zu teuer also ich weiß ja dass die sehr teuer sind solche Lederkombis weiß ich 1000 Euro und mehr hier kosten sie glaube ich so 4-500 und aber ich hatte gedacht dass die irgendwelche Sonderangebote für 2-300 aber da sagen könnt ihr wieder mal sehen dass der Fuzzi eben sehr billig ist der versucht halt alles billig zu machen und ähm ja das habe ich mir also da noch nicht gegönnt aber heute hoffentlich kommen die Schuhe dran und wenn ich sie habe ich weiß noch gleich wie ich die zurückbefördern soll denn eigentlich möchte ich den Karton ja mitnehmen falls ich ja die noch umtauschen muss ne äh ja ich habe ja nun leider keine Topbox hinten drauf mal sehen wie wir das machen schauen wir mal ja auch hier ist unser Ikea falls ihr es noch nicht wisst McDonalds das ist alles jetzt hier am Flughafen mehr oder weniger fast in der Einflugschneise Ikea was ist noch hier sind noch einige andere so ein großer noch ein anderer Möbelladen ein Elektronikladen und so ein Babyladen auch noch ich weiß nicht was davon alles im Moment breite gegangen ist aber Ikea gibt es immer noch ja hier wie ihr seht ist die Einflugschneise vom Flughafen da ist ja auch im Moment nicht allzu viel los hier am Flughafen falls ihr mal nach Malaga kommt ist übrigens ein schönes Museum so mit Ausstellungsstücken auch draußen ja mit Flugzeugen mit älteren Flugzeugen ist glaube ich sogar kostenlos der Eintritt ist frei also man kann ja eine Spende dahinter lassen oder so und da war ich auch schon mal ich habe auch schon mal ein Video gemacht allerdings auf Englisch äh könnt ihr ja vielleicht hier gucken dieses Video und müsste man nochmal hin also war eigentlich nicht schlecht ja das ist die Flughafengegend hier halt überall Autovermietung und Pipapo Bauhaus gibt es hier auch auf der linken Seite da ist noch so ein kleiner Shopping-Mall auch noch Burger King so jetzt müsste ich hier mal rechts rüber denn da kommt gleich die Ausfahrt hier ist glaube ich auch noch BMW da wollte ich auch mal Probe fahren aber die sind immer so unterbesetzt und nicht gerade besonders super freundlich deshalb habe ich das immer noch nicht gemacht macht so jetzt Maximo Moto an der Ecke da falls ihr das sehen könnt so dann bin ich ja mal gespannt ob sie meine Schuhe haben so dann werde ich jetzt euch erstmal hier ausschalten so liebe Leute jetzt ist mein einmal geparkt schon ist mein Roller wieder dreckig ich war gerade hier bei Maximo Moto und das sind ja wirklich oder was heißt das ist ja wirklich eine sehr liebe Person da drin eine weibliche Person mit Namen Annabelle wir haben sehr gelacht und sehr nett und ja hier sind sie ich möchte euch mal meine neuen Schuhe zeigen schaut euch das mal an hier ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt jetzt hier ja ja also die sind sogar vorne verstärkt da kann ja fast ein Gabelstapler rüberfahren und haben diese Schaltgeschichten hier und also eigentlich waren sie reduziert irgendwie von keine Ahnung über 100 130 Euro oder was da bei Facebook stand auf 65 aber sie hat mir jetzt nur 45 berechnet keine Ahnung ja eine sehr nette Person ich habe hier alle meine Daten bezüglich bezüglich meiner Kanäle gegeben die hat auch gerade also das heißt vor anderthalb Jahren A2 gemacht hat sie mir erzählt sie hat nämlich ihre Suzuki da SV650 vor dem Laden zu stehen und ja da habe ich halt gefragt ob sie A2 hat oder was ja sie hat A2 und im September will sie ein A machen ja ja so haben wir gequatscht eine sehr nette Person ja mehr möchte ich nicht dazu sagen sie hat sogar mal Deutsch gelernt hat sie mir auch erzählt und zwar weil sie sie war gerade schwanger meinte sie und in der Zeit hatte sie nichts zu tun und da meinte sie sie will irgendwas lernen was sie noch nicht kann und dann hat sie Deutsch gelernt ja also ein bisschen hat sie auch Deutsch gesprochen vielleicht beim nächsten Mal besuchen wir sie mal und dann kann sie Deutsch mit euch sprechen so also ich bin total happy und begeistert hier über den Laden und Annabelle wie ihr wahrscheinlich schon merkt habe ich jetzt die Schuhe da rein gepackt ja ich bin schon ganz durcheinander jetzt hier heute wird nur von Annabelle geschwärmt ja wie sie aussieht kann ich euch natürlich nicht sagen das wisst ihr ja in der heutigen Zeit ist das mit dem Dating sehr schwierig denn man weiß ja nicht was einem dann nachher erwartet aber trotzdem war sie sehr sehr nett wir haben noch rumgeflaxt ich meinte ich kriege den Karton nicht auf meine Roller rauf meinte sie ja das ist Pech dann kannst du das ja nicht umtauschen meinte ich ob man das umtauschen kann dann sage ich ich habe eine tolle Idee da du so nett bist du nimmst einfach den Karton leer und packst den wieder ins Lager und ich sage dir nach einer Woche dann Bescheid ob ich die Schuhe nehme oder nicht und ich nehme jetzt die Schuhe ohne Karton mit ja dann machen wir das so echt total nett die Annabelle Mensch ja so so viel dazu jetzt jetzt ist aber Schluss mit Annabelle nachher guckt sie sich hier nochmal ein deutsches Video an und hört mal ihren Namen das wäre natürlich auch ein bisschen unangenehm aber sie hat immerhin schon meine beiden Kanäle abonniert vielen Dank Annabelle ja das ist sehr nett von dir ja da auf der Autobahn nichts interessantes passiert werde ich dann dieses wunderbare Video dieses wunderbaren Vlog abschließen um was ging es in diesem Vlog um Annabelle natürlich ja alles klar Leute vielen Dank fürs Zuschauen das war euer Motorfuci bis dann ciao ciao bis dann ciao ciao Untertitelung des ZDF, 2020